Willkommen, meine Damen und Herren, zur zweiten Ausgabe des JVTK TV Songs. Dankeschön. Ich weiß, ich muss es nicht. Dankeschön. Ja, ich weiß. Security, wer hat dieses A** reingelassen? Wer hat sie sofort auf diesem Studio verschwimmt? Weil ich mich fast gezwungen sehe, die A** über ihre K**s mit P**nen an? P*****, habe ich mich klar ausgedrückt. Danke. Dieses wundervolle Produktverständnis. Ein vollkommen funktionssüchtiges Mobiltelefon. Alle Informationen dazu sehen Sie hier. Lötter und Assistenzwein. Lötter, ein Mülleimer. Ja, das ist eine Krise. Das ist mein Urlaubsfoto. Ja. Dankeschön. Wie ich gerade sagte, ein wundervolles und vor allem vollfunktionssüchtiges Mobiltelefon, meine Damen und Herren. Das Beste an diesem Handy haben Sie aber noch nicht gesehen. Es ist die wundervolle Vorderseite, weshalb ich es gar nicht mehr für nötig halte, dieses Handy umzudrehen. Wenn ich es Ihnen noch demonstrieren darf, wie wundervoll die Tastatur funktioniert, meine Damen und Herren. Man drückt einfach einen Knopf oder mehrmals oder einen anderen Knopf oder einen anderen Knopf und es passiert nichts. Das ist die neue Innovation an diesem Mobiltelefon. Dass ich der Bildschirm niemals einschalten will, solange ich dieses Handy bediene, wird es auch keine Stoffe brauchen. Die Tasten sind völlig unsensibel, der Touchscreen ist in Wirklichkeit kein Touchscreen und die beste Innovation an diesem Handy, es kann fliegen. Danke, meine Damen und Herren. Sollten Sie dieses Produkt nun kaufen möchten. Es ist noch... Ähm, das war jetzt ja unvorhergesehen. Aber wie ich schon sagte, es ist ein eigenwilliges und fliegendes Handy. Oh nein, es ist davon geflogen. Eine technische Störung, es tut uns sehr leid. Wir kommen gleich wieder. Das war der zweite Teil, die zweite Ausgabe, die zweite, die zweite vom J-Health-Health-Health-Health-Health-Health-Health-Health-Health-Health-Health. Danke, dass ich heute wieder mit dabei war. Wer hat den Spieler schon wieder hereingelassen? Auch ein herzliches Dankeschön an unseren wundervollen Bodyguard, der... Was macht Jesus hier? Ja, an unseren wundervollen Bodyguard, was macht Jesus hier? Wir sehen uns dann, der JLTV-TV-Show, wo auch die Auferstanden sind, wieder auferstehen. Vielen Dank, dass Sie heute mit dabei waren. Wir sehen uns. Applaus 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 Vielen Dank.